Herzlich Willkommen! Es geht wieder los! Europaauftakt heißt Streckenvorstellung auf meiner Aprilia RSV4. Ein Motor, der mittlerweile MotoGP fährt und ich werde wieder alles geben. Ich freue mich auf Heres, 13 Kurven, 4,4 Kilometer lang. Petrus hat ein Einsehen mit mir, es ist fast trocken und ich wünsche einen schönen Flug hier in Andalusien. Auf Start und Ziel, es sind noch feuchte Stellen, ich muss aufpassen, aber los geht die Fahrt. Die Gerade ist nur 600 Meter lang, deswegen so richtig viel überholt ist hier nicht. Ende, Start und Ziel, jetzt bergauf. Hartes Anbremsen zurück in den zweiten Gang und rein in die erste Ecke hier. Kurzes Durchbeschleunigung und dann sofort wieder hartes Anbremsen zu einer der langsamsten Stelle. Da muss man eng bleiben, innen hier. Gut rausgekommen, zwei Gänge hoch umlegen und jetzt wird es schnell. Raustragen lassen, kurzes, gerades Stück und hoch den Berg. Wunderschön hier diese Links. Einen Gang hoch und sofort Richtung wechseln. Auf rechts. Und diese Kurve, die scheint nie zu enden. Ganz wichtig hier, den Punkt zu erwischen, ans Gas zu gehen. Ich muss ein bisschen um die feuchten Flecken rumfahren, bin aber trotzdem froh. Komm gut raus und jetzt die Gegend gerade. Einer der wichtigsten Überholpunkte hier in Jerez. Bisschen spät auf der Bremse, Füßchen raus, fast wie Valentino. Eng geblieben, hier ist alles trotten. Erster Gang, zweiter, jetzt wird es richtig schnell. Diese Links hier rein. 170 durchziehen auf 200 und mehr und wieder runter. Ich bleibe im dritten Gang, bin jetzt hier, wo die Fans sind am Sonntag. Aus dieser Links rum, Eingang runter und ins Omega, Doppelrechts. Hier sind die Fans, Tausende, Hunderttausende hoffentlich am Sonntag. Guter Wisch, die Erste. Früh ans Gas hier, Zweite raus, auf die Curbs, hoch in den Dritten. Und jetzt braucht man Mut. Hier wird es richtig schnell. Das ist hinter dem Fahrerlager, Doppelrechts. Und ganz wichtig, weil wenn man noch eine Attacke setzen muss, muss man genau hier vorne sein. War nicht schlecht. So, anbremsen in Richtung Start und Ziel. Kommen ein bisschen quer, bisschen spät, aber gut erwischt. So, da sind wir schon wieder zurück. Boah, Rutsche, da war es feucht. Ja, das sollte man eben vermeiden, aber man sind wir froh. So, hier ist die Runde zu Ende und Sport 1. Und Alex Hofmann hatte zumindest mehr Sonne als die meisten MotoGP-Fahrer hier. Uh, guck's mal. Schau mal hier. Schau mal da. Ah, Chickas. Hallo, Chickas. Das macht mir am meisten Spaß. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.